Jetzt geht's um was Fundamentales. Wir ziehen zusammen in eine Wohnung. Wir sind der Generation, die schon Mitte 20 freiwillig die kreative Anarchie der Männer-WG gegen die Bürgerlichkeit einer Pärchenwohnung tauschen, hat mein Vater letztes gesagt. Vielleicht sollte ich mal... Nein. Was würdest du machen, wenn ich mich jetzt von dir trennen würde? Das würde ich nicht stören. Aber ich muss jetzt hier einziehen. Darf ich mal fragen, warum Sie Ihren Umzug zu dieser späten Stunde veranstalten? Tut es leid. Hallo erstmal. Vielleicht hätte ich damals einfach standhaft werden müssen. Aber das hätte es ja uns nicht gegeben. Vielleicht wäre das besser, wenn ich sehe, wie ihr euch durch euer Leben kämmt. Das ist eine Unverschämtheit. Kannst du mal irgendeine Emotion zeigen? Du zeigst doch schon so viele. Die absolut perfekte Superwohnung. Drei Zimmer Küche Bad, 95 Quadratmeter, Balkon, große Küche, bezahlbar. Ey, die spinnen alle. Parkett und Stuck und Flügeltüren und Balkon und keine Rauphaser und bloß kein Laminat. Das ist doch bescheuert. Das würde ich jetzt nicht so negativ sehen.